Lesung J.A.E. ist ein südkoreanischer Schauspieler. Er wurde 1999 in Kim Sang-Jin schriller Action-Komödie Attack the Gas Station. In Korea bekannt, er spielte hier einen rauen Kerl mit weichem Herz. 2002 spielte er den Bösewicht in Public Enemy von Kang Woo-Seok. Seine neueren Filme haben eher geringeren Erfolg. In Korea ist er aber in Serien weiterhin sehr populär. Filmografie 1998 Ghost in Love 1998 Art Museum bei der Zoo 1999 Attack the Gas Station 2000 Barking Dogs Never Bite 2001 A Day 2001 Kick the Moon 2002 Public Enemy 2004 ICE Rhein 2004 Dance with Aderwind 2004 Sin Seok G.I. Boye Lusoy 2005 State of Violence 2006 The Triangle 2007 The Mafia and the Salesman 2010 Dreams Come True 2010 Natalie Nathalie 2013 Song of Strings 2013 Goo Family Book The Triangle homie user 2004 2006 2011 2011 2012 2011 Delete